Ja, und damit sage ich Ahoi und Willkommen zurück, hier bei Assassin's Creed 2 mit mir, dem Blackbeard. Wir stehen hier gerade im Palazzo, vor ehemals Emilio Baroma irgendwas, schießt mich tot. Dieser noch gleich, Verschwörer, Barbarigo. Emilio Barbarigo. Und ja, jetzt ist es halt Antonio und Diebesgilde in der Hand. Und wir sollten hier hin für die Hauptmission und dürfen erstmal wieder hier mit der netten Dame quasseln. Mal schauen, was sie uns zu erzählen hat. Etzio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der Iren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, Amici. Aber Etzio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerst bewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Etzio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Einen Weg finden, um in den Palazzo Ducale zu gelangen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, alles klar. Natürlich akzeptieren. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchen magt, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Etzio. Wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Ich muss kurz unterbrechen. Nur kurz schauen, wie ich da laufe. Alles klar, da müssen wir hin. Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbadigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe. Und Söldner. Und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adeligen sie zu ihrem Spielball. So, gehen wir mal ein bisschen schneller hier. Mal einen Schritt zulegen. Und loslassen. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche Leute das Geld aus der Tasche ziehen. werden wir unabsichtlich in deren Nähe geraten. Na komm. Flitzen wir mal ein Ründchen. Ich dachte, er hätte vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Hat er aber nicht. Also, beeilen wir uns einfach mal. So. Schauen wir doch mal, was uns erwartet. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. War bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Mit Antonio den Palazzo-Auskundschaften, okay. Als erstes müssen wir jetzt nach hier vorne hin, irgendwo. Wie es ausschaut. Hier haben wir doch irgendwo die Markierung. Ist die oben? Da ist die Markierung. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Ja, sehe ich genauso. Und wir müssen leider jetzt den Dogen beschützen. Ja. So leid es mir tut, wir müssen den Dogen beschützen. Waren wir kurz hier rechts rauf. Schwupps. Ja, hier oben waren wir doch schon mal drauf, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Fall bloß nicht runter, mein Freund. Fall bloß nicht runter. Ja. Ja, siehst du mal, er hat es auch geschafft. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Ja. Auch schon, er merkt. Mal, und er muss jetzt natürlich wieder da runter klettern. Weil er kann den Sprung nicht. Kommst du, mein Freund? Alles klar. Weiter geht's. Nächsten Punkt. Ich vermute, wir dürfen auf dem Weg rein, wie wir schon hochgekommen sind, ähm, um das Assassinenversteck auszuräumen. Das könnte ich mir auf jeden Fall mal vorstellen. Ähm, ne, schwimmen kann er nicht. Also gehen wir die Brücke. Nur auf Nummer sicher. Ja, du brauchst dich ja nicht drin verstecken, mein Freund. Na, kommst du? Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Ja, gehen wir doch mal da hoch. Ja, du sollst auch da hochklettern, nicht da links. Kommst du? Sehr schön. Ätzio, seht. Ist er das nicht? Cremaldi. Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, äh, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo. Andiamo. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja. Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Oh, ja. La, 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 la. Sehr schön. Leonardo. Ähm. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, Leonardo. Aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind, wird auf alle Importe... Und diesmal nicht, um irgendeine Seite zu entschlüsseln. Nein. Denn. Ach, wir haben es ja schon gesehen. Wir haben es auch gesehen auf der Kutsche, wie wir hierher gereist sind. Was wir jetzt, äh, benötigen. Was sagt er doch noch gleich? Er hat vermutlich herausgefunden, wie ein Mann fliegen kann. Und genau dieses Gerät, dieses Gerät werden wir wohl benutzen. Sein starker Arm. Ja, halt, 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 die, halt die Gorsch. Nein, nicht da. Mann, du, alter, alter, klar. Ja, ja, ja. Ach, der hüpft auf alles, was nicht nid und nagelfest ist. Weißt du? Springt alles an wie ein... Wolf in der Brunftzeit. Äh, ja. Oder so. Entschuldigung, die Dame. Aber ich hab's eilig. Leonardo. 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 Keine Zeit. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell. Eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du's versucht? Nein. Viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo. Ich glaub, du hast einen Verrückten gefunden. Und dieser Blick. Ja. Wer dich wagt, der nicht gewinnt. Leonardo's Flugmaschine testen. Oh. Akzeptieren. Ich will doch endlich fliegen. fliegen. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Okay. Ei, 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 nein. Ich, ich, ich will nicht. So, okay. Warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Diabolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Templer. Was? Wir sind doch gar nicht abgestürzt. Jetzt sind wir erst abgestürzt. Irgendwo. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte. Gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein, sein... Bezzo di Merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich hab meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Heurika! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Weh! Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun. Aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Und jetzt kommt der große Tag, der große Einsatz. Um die Wachen kümmern, damit Antonius Männer die Feuer entzünden können, die der Flugmaschine auftritt verleihen. Gut begonnen, ist halb gewonnen. Und auch diese Mission akzeptieren wir natürlich. Denn wir wollen hier endlich weiterspielen. Die vier Orte säubern, an denen die Dinger entzündet werden sollen. Hier haben wir zwei dicke Wachen. Einfach mal so, flupp. Tut mir leid, ihr Herren. War nicht so gemeint. Ja, eigentlich schon, aber... Naja, ihr wisst ja. Ihr wisst ja. Huch, huch. Springt hier wieder kreuz und quer. Humpelnderweise durch die Gegend. Was ich ganz und gar nicht gutheißen kann. Aber, naja, was soll's, was soll's. Halt dich fest. So. So. Was soll, wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Das ist lächerlich. Denn Chancellor sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Was kümmert es dich? Geh einfach. Schließlich bewachen wir nicht den Doge. Was zum Teufel bewachen wir überhaupt? Eine Lieferung aus China. Und ein buntes Pulver, das sie für ein großes Fest bestellt haben. Ich glaub, wir sollten wieder, ähm, irgendwie versuchen, da hochzukommen, oder? Oder Adeligen, ihr Geld verplempern? Heute stirbt. So. Zweiten Punkt gesäubert. So. Und tschüss. Ich war nicht da. Ich war nicht da. Gebiet gesäubert. Zwei von vier. Okay. 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 So. Ihn hätten wir. Da ist er! Auf ihn! Da! Was wird da für schneller? Schneller! Merder! Ich bin unter der Brücke! Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht! Wollen wir noch einen Rundchen untertauchen? Ach, wieso... Okay, wir müssen noch kurz warten, bis er sich wieder umdreht und weiterläuft. Dann werden wir ihn ausschalten. So, er steht jetzt wieder da an dem Punkt. Kurz die Karte beobachten, bis er sich wieder wegdreht. Da! Ich seh' ihn nicht mehr! Ich seh' ihn! Okay. Das hätten wir... Es bleiben nur noch ein paar übrig. Okay, die sind hier oben auf dem Dach anscheinend. Wie's aus? Ups. Entschuldigung, der Herr. So, und wir klettern jetzt einfach mal hier aufs Dach. Das betreten der Dächer ist verboten. Runter! Sofort! Runter! Sofort! Du darfst nicht hier oben sein! Runter! Ora! Du wirst gleich da! Bleib dran! Du hast nichts gesehen, mein Freund. Und ihn haben wir auch ausgeschaltet. Und damit können wir wieder zurück. Ups, falsche Richtung. Ähm, bin ja schon weg. Oh, ah, ouch. Hab ich das gerade richtig gesehen? Habt ihr doch auch gesehen, oder? Die ging voll in den... Voll in die Weichteile. Au! So. Ähm, Karte. Oh, wieder quer durch die ganze Stadt zurück. Okay. Machen wir. Kein Problem. Gar kein Problem. Soll ich euch, Freunde? Gar kein Problem. Hier rum. Ne, da kommen wir nicht durch. Na, guck mal, nicht links. Gehen wir hier lang. Mach das jetzt mal Spaß. Kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht. Hallo, Mädels. Oh, steckbrief. Boah, ich bin ein sehr guter Gaukler, aber nicht jetzt. Uh, das war eng, das war knapp mit dem, äh, mit dem Herrn mit seiner Kiste da. So, dann nehmen wir wieder den altbekannten Weg hier, einmal hier rüber, kurzes Stück schwimmen, die Treppen rauf und dann sind wir euch schon wieder fast da in 260 Metern. Und dann, dann, dann ist er endlich soweit. Der Moment. Der längste Flug der Menschheit bis dato, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo das hier spielt. wird dann der längste Flug ausgeführt. Und durch wen? Natürlich durch uns. Jetzt die Auditore. Ich meine, ich kann's auch gerne bei euch versuchen, das ist mir ganz gleich. Ja. Nein, nicht hoch. Obwohl, wobei, da oben soll dann geht ja auch noch ein Steckbrief sein, aber ist mir jetzt egal, der Steckbrief. Der Steckbrief ist mir jetzt erstmal kurz egal, obwohl, nee, wir müssen jetzt sowieso da hoch irgendwo aufs Dach. Na komm. Nehmen wir den noch mit hier. Was soll der Geiz? Wo ist er? Da ist er nicht. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Ja, nehmen wir den Steckbrief noch mit. Und dann. Klettern wir nochmal hier rauf. Aufs Dach. Dach, die Herren. Halt dich schön fest, Ezio. Sehr schön, die Feuer brennen. Startvorrichtung steht. Wie schön. See. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht, denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht. Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämpfst, oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Gelegenheitsflieger. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern. Im Inneren des Palazzo Carlo Grimaldi eliminieren. Machen wir. Machen wir. Auf geht's. Fliege jetzt, Junge. Schießt. Schießt auf den Dämonen. Wat? Dämonen? Dämonen. Schlüge jetzt. Nein! Da war ich gerade im Weg. Wieso hat er über dem Feuer? Wieso hat er uns nicht nach oben gedrückt? Das sollte uns doch nach oben drücken, oder nicht? Habe ich da was falsch verstanden? Hm. Okay. Auf ein neues. Auf ein neues. Und wir drücken jetzt erstmal noch kurz auf die Karte. Oh, war zu weit raus, so. Wartet mal gerade. Nein, wir sind noch nicht ganz... ...in der Mission. Wir müssen immer gucken, wo unser Zielpunkt ist. Soll ich mir dann mal eine Route aussuchen werde. Wir fliegen hier längs. Äh, tipptipptipptipptipptipptipp. Dieses Feuer, dieses Feuer. Und gehen dann hier über diese Feuer darüber, würde ich sagen, oder? Das nehmen wir noch mit und gehen dann darüber. Oder wir können auch schon von dem aus vielleicht versuchen, darüber zu kommen. Mal schauen, also. So, gehen wir gerade aus und dann rechts halten die Feuer durch. Okay. So, gehen wir gleich hin. Oh shit, das wird nicht gut gehen da Das wird nicht gut gehen Oh man, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Da, Feuer, oh Feuer Muss Feuer erreichen Muss Feuer erreichen Bitte Wieso Wieso Okay Neuer Versuch, next try Ja, fliegen ist nicht so einfach hier in Assassin's Creed Würde ich mal sagen So So, wir nehmen jetzt mal eine andere Route Wir nehmen jetzt mal eine etwas andere Route Alles funktioniert auf jeden Fall mit den Feuern Ja, das merkt man ja schon So Hier auf dem Boot ein großes Feuer Welches wir nutzen können, hoffentlich Oder auch nicht Haben wir dort noch ein Feuer Hier rechts ein Feuer Das wir noch nicht brauchen Hier haben wir noch ein Feuer Okay, das sieht gut Sieht gut aus Sieht sehr gut aus, Leute Ich sage aber fast, wir haben es geschafft Und dort auf dem Palast müssen wir landen Sehr schön Der wird abgeräumt Das Gerät landet im Wasser Okay Wir sind drin Was war das? Keine Sorge Bestimmt nur Kinder Mit Knallfreschen Kommt Ihr seid am Zug Den Palast zu infiltrieren, ohne bemerkt zu werden Okay, ähm Ja Gar nicht mal so einfach, möchte ich sagen Ich töte alle, die hier durch wollen Wieso sieht denn der mich, ey? Da Huh Da dreht er sich auf einmal einfach um Mist, Kerl Runter Sofort Geh mir besser Sofort Haha Hinter dir So War das der letzte Bogenschütz hier oben? Ja Sehr schön Das war der letzte Gut Ähm Da muss ich hin, da drüben Die sind drin Die sind drin Verzeiht, Signore Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen Du hast wohl versagt, Assassino Vergebt mir, Signore Tut mir leid Warum? Wofür denn das alles? Assassino, Assassino Er hat ihn ermordet Der Tuch ist tot So So Ähnliches haben wir schon bei den Grimaldi Ein Attentäter tötet den anderen Wie es scheint So So Ich tue das nicht für mich selbst Ich bringe dieses Opfer Für die gute Sache Requiescat in Pace Du Du tötest mich Du tötest mich Oh nein Das hättest du nicht sagen sollen Die denken jetzt alle Ich war es Ich war es aber nicht Freunde Ich war es nicht Ehrlich nicht Ich war es nicht Mal wenigstens um Er zieht durch das Tor raus Hallo Macht's gut, Freunde Macht's gut, Freunde Ich bin, äh, raus Da Haut euch gegenseitig kaputt Aua Ach, Freunde Muss das sein Wollt ihr das wirklich so haben, ja Wollt ihr so haben Geht doch einfach die Leiter hoch Meine Güte, Ezio Meine Güte, Ezio Da ist ein Pixel neben der Leiter Und er greift nicht die Leiter Nein, er versucht senkrecht Die Wand hoch zu klettern So Immerhin haben wir es geschafft Wir sind entkommen Wir haben eine weitere Codex-Seite erhalten Sehr schön Und Sequenz 8 Damit Beendet Sehr schön Rüstung zerbrochen Nie, Rüstung zerbrochen Wett Haben wir jetzt einen neuen Teil von Venedig Die erlaubteste Republik Venedig 1486 Haben wir jetzt ein weiteres Viertel freigeschalten Quasi Oder Wie schaut das aus Na mal schauen Stadt baut sich noch auf Im Animus 2.0 Und wir stehen vor Leonardos Werkstatt Und ja Wir haben einen weiteren Stadtteil freigeschaltet Und zwar Huch Da unten den Ach Sehr schön Da haben wir einen Grab Da haben wir eine Codex-Seite Oh Wunderbar Wunderbar, wunderbar, wunderbar Sehr schön So Er wird zu Leonardo gehen Oh Ezio Mein Gott Du lebst Ist es wahr Man sagt Du hättest den Duschen getötet Ich versuchte ihn zu retten Leonardo Aber die Wahrheit zählt hier nicht Ich versagte Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs Nun Vielleicht hast du Glück Es ist Karneval in Venedig Die Zeit in der jeder Mann sein Gesicht versteckt Darum bin ich hier Hast du eine Maske Die ich tragen könnte Natürlich, natürlich Irgendwo hier drin Ach, was ein guter Freund Und ich habe etwas für dich Oh Mehr von dem Codex Aha Die sieht sehr komplex aus Eine neue Zeichnung, mein Freund Ein Mechanismus für das Gelenk Aber keine Klinge Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein Aber so klein wie ein Kolibri Ist das möglich? Ich weiß es nicht Bauen wir sie Und finden es heraus Juhu Eine neue Waffe Ja Ach Wissendes Macht Sehr schön Den Umgang mit der An der versteckten Klinge Angebrachten Pistole üben Ja, aber natürlich akzeptieren Oh, ich freue mich Wie ein kleines Kind Ich freue mich hier gerade Wie ein kleines Kind Glaubt ihr das? Von unserem Glück Kam dir Karneval Schatzruhe Die nehmen wir noch mit So Ähm Da Ach so geht das Genau Mal müssen wir festhalten Zack Ach, sehr schön Die ist doch mal Ganz ausgezeichnete Waffe Möchte ich mal sagen Mir gefällt sie Eröffnet Ungeahnte Möglichkeiten Du hast mir sehr geholfen Bruder Aber gerne Doch sicher bist du nicht Zurückgekommen Um mit neuen Spielzeugen zu gehen Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde Marco Barbarigo Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen Ich habe ihn in letzter Zeit Häufiger bei Gemeinsamen Freunden gesehen Dort würde ich ihn suchen Im Bezirk Dorsudur Im Süden Frag nach Schwester Theodora Schwester? Naja Irgendwie Schon Ja Schwester Und Ezio Du darfst dir heute Auf keinen Fall Waffen tragen Grazie Leonardo Jetzt Wegen der Maske Na was kriegen wir für eine Maske? Ach Sieht Sie Nicht Herrlichst aus Und die haben auch einen neuen Umhang Wie es ausschaut Karnevalsmaske erhalten Und ein neuer Umhang Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön Wir sind wieder anonym Die Karnevalsmaske Lässt sich für die Dauer des Karnevals Inkognito bleiben Oh Ausgezeichnet So Gut meine Freunde Ähm Ich würde sagen Das Rauchttiere reicht jetzt auch Erstmal wieder bis hierhin In der nächsten Folge Kümmern wir uns hier Eventuell noch um ein paar Auftragsattentate Mal schauen Oder wir machen erstmal hier Den Bezirk frei Die Aussichtspunkte einnehmen Holen uns hier Die Kodexseite Ähm Das Assassinen Grab Und so weiter und so fort Und Zu allererst Zu aller allererst Was auch fast jetzt am allerwichtigsten ist Möchte ich mal sagen Schmied 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 Wo ist er? Da ist er Neues Zeug Ja Armstützer und Brustschutz Ist gekauft Ist gekauft Da fehlen uns jetzt nur noch Missalia Schultern Ne Ja genau die Schulterplatten Neue Waffen Nein Kleine Waffen Nein Munition Irgendwas was wir aufführen können Nein Neues zu reparieren Ja komm reparieren wir alles einfach mal Zack Damit sie nicht zerbricht So Und Ähm Natürlich noch hier Schneider Oh Falsche Richtung Und wir haben nochmal Monteregion Das Wert gesteigert Auch sehr schön Da Sarto Hast du was für mich? Die Messergürtelerweiterung Ja wunderbar Die kaufen wir natürlich auch noch Genießt euren Einkauf Und kommt wieder Dankeschön Werde ich Eventuell Irgendwann Und Komm Gehen wir noch kurz Wir haben Kunsthändler vorbei Vielleicht hat er noch was interessantes Für uns Nein Er hat nichts Neues Alles klar Oder auch nicht So Na wie gesagt Ähm Das war's fürs Erste Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Hoffe ich schalte dann noch morgen wieder ein Wenn es heißt Assassin's Creed 2 Mit mir Mit dem Blackbeard Dann kümmern wir uns erstmal ein bisschen um Auftragsattentate Ähm Nochmal zwei Stück machen Würde ich sagen Ne Und dann geht es weiter hier mit Aussichtspunkte synchronisieren Äh Assassinen Grab besuchen Das letzte Den letzten Teil von dem Fragment holen Das letzte Siegel organisieren Und die Codexseite Und 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 Also ja Sie haben in der nächsten Folge Ordentlich was zu tun Ähm Wie gesagt Ich danke fürs Zuschauen Hoffe ich schalte dann auch morgen wieder ein Hier bei Assassin's Creed 2 Mit mir dem Blackbeard Bis dahin